Jäckelformel. Was ist die Jäckelformel? Die Jäckelformel beschreibt die Relation zwischen Abstand und Breite der oberen und unteren Schneidezähne. Sie ist in der Kieferorthopädie von Bedeutung und dient bei großen Abweichungen oftmals als Behandlungsgrundlage. Der Zahnarzt berechnet die Breite der oberen Schneidezähne grob aus der Breite der unteren Schneidezähne. Das Verhältnis sollte dabei 4 zu 3 oben zu unten betragen.